Erreicht die Golden Gate Bridge Wo machst du Licht da? Bin ich denn hier gerade lang gefahren? Wo bin ich denn? Dorthin Wir brauchen bis gerade runterfahren So, jetzt nehmen wir uns mal ein Auto Wo bin ich denn da, Sia? Wo bin ich denn da? So 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 Scheiße, jetzt muss die Brüge hoch, oder? Wollen wir mal gucken Boah, ich muss die Brüge hochklettern, ey Boah, ich muss die Brüge hochklettern, ey Ich bin nur auf einem Spindel freiii So 22 Meter Hier gibt es auch noch Geld Oh, das sieht dann auf jeden Fall jeder, der hier langfährt So Da fehlen noch ein paar So, kommen wir jetzt hierher Und dann wieder hochklettern, wieder hoch fahren Dann mit dem Fallschirm runter So, das wäre doch was. Ah, hier weht schon ganz schön der Wind. Ich habe immer Angst, dass der dazwischen fällt. Nimm mal die Leiter in die Hand. Ach, das will mal blöd, ey. Gut, das ist gut. So, ich würde mal sagen, hier hoch, oder, ja, dann da, dann rüber, dann wieder runter und dann wieder hoch. Und da, dann, dann wieder hoch. Du-du-du-du-du. Das ist hoch. Und jetzt ja bloß noch ein Stück höher. Ein Stück höher. Das war's für heute. So, und dann gehe ich mal davon aus, dass hier noch so ein Ding ist. Und dann sind wir ganz oben. Flach wie eine Flunder. Flach wie eine Flunder. Flach wie die nicht. Mach dich nicht unglücklich. Sprich nie runter. Nein. So, mehr geht ja jetzt eigentlich nicht mehr, oder? Boah. Das ist cool. Das ist auf jeden Fall cool. Du schießt echt den Vogel ab. Ein Tag auf der Golden Gate Bridge? Es ist in allen Nachrichten. Sag ich doch. Das ist die Art Publicity, die wir brauchen. Der Schüler ist jetzt der Meister. Ich war immer der Meister. Ich war immer der Meister. Ich war immer der Meister. Und jetzt ins Wasser. Was ist denn das für die geachtet finden? So zwei Hauptaufgaben haben wir noch. Aber. Ja komm. Hechte rüber. Läuft. Das hat er überlebt.